Amir, was geht? Hallo, Stunny Buddy! Wo sind wir denn hier gelandet? Guck mal, wir haben hier so Minions. Guck mal, wie der da rennt. Meiner heißt Bunny, wer ist deiner? Deiner heißt Bloxmir. Ey, und guck mal, mit den Paul-Bergern müssen wir jetzt hier die Kristalle kaputthauen. Guck, wir können hier raufhauen. Ja, du kannst selber auch raufhauen. Ey, Bro, man kann sogar automatisch machen. Ich sag dir ehrlich, ich hol mir direkt automatisch hier. Zack, zack, zack. Hol dir automatisch direkt an mir. Da rollen wir die Rohwachs hier auch. Ja, nein, nein, ich hau hier schön raufhauen. Zack, auf den Deckel hier. Let's go. Zack, das war ein falsches Ding hoch. Guck mal hier, der hilft uns sogar. Hä, was macht die kleine Paul-Bergern? Der hilft uns, guck hier, der ist richtig fleißig. Zack. Aber der braucht so lange zu laufen, Alter. Der ist von langsam. Ja, ne, der ist halt ein Rettner, Bro. Aber weiter soll ich schon. Guck mal, ich hab hier schon richtig viel kaputt gemacht. Ich mach grad so ein großes kaputt. Ich mach grad so ein großes kaputt. Ja, was machst du kaputt? Wo bist du denn hier? Oha, Bro. Der soll hier angreifen. Der soll mir helfen. Bro, du musst dir auch mal sagen, wo er hingeht. Wir können... Ey, Amir! Ich kann ein neues Ei aufmachen. Oh, ja, ja, wir können ein neues Ei aufmachen. Es gibt hier Eier und alles drum und dran. Wo hast denn du? Äh, ich seh da hier so eine Linie da hinten. Da kann ich gleich direkt hinlaufen. Da lauf ich jetzt direkt hin. Und dann kriegen wir doch hier neue Minions, Bro. So. Ah, dann können wir auch schnell helfen uns mehr. Dann können wir auch bestimmt schnell alles kaputt machen. Ja, ja. Und dann... Oh, guck mal, wir brauchen 10.000 für die neue Welt. Und wir sind ja nicht mal ansatzweise so weit. Ach, oben. Oben ist so... Klipz! Drehen! Warte, mal drehen. Ich kann's doch gar nicht drehen. Hä? Doch, ein Gratis bin. Da. Ein Gratis bin. Ein Gratis bin. Ich kann auch, ich kann auch, ich kann auch. Wir brauchen nämlich neue Minions, die uns helfen, dass wir hier weiterkommen. Ich baue eine Firma auf mit ganz vielen Minions. Ey Leute, wir haben hier so richtige Bauarbeiter dann, so eine richtige Bauarbeiter-Crew gemacht. Äh, fünf... Ja, hier. So... Ja, 23. Eins kann ich auch machen. Ja. Ich guck, wem ich kriege. Und, 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 und... Oh! Ich hab Bob den Baumeister bekommen, Bro. Boah! Aber ich hab nur gewöhnlich bekommen. Äh, ich hab auch kein... Oh, 58 mehr bis zum nächsten. Leute, wir können uns hier so eine richtige Minions-Armee machen und dann hier alles zerstören. Das wird zu krass. Oh! Während ich aufgemacht, hat meine noch an dem Großen umgekloppt, ist ja alles hier kaputt. Äh, das war so schla... Oh, aber guck mal, ich... Oh Gott. Ich hätte hier das so einsammeln sollen. Das Coole ist, wir können selber mit draufhauen und die können auch mit draufhauen, weißt du? Ja. Das finde ich echt nice irgendwie. Das ist wirklich super nice. Guck mal hier, das wird zacken. Boah, ich hab Gold bekommen. Minions brechen. Hä? Mir wird auch irgendwas... Upgrade, Spitzhacke wird mir hier gezeigt. Wie? Man kann seine Spitzhacke sogar upgraden? Ja. Das wird mir hier angezeigt. Oh, wie cool ist das denn? Ey, hier ist Monte! Komm mal her! Wie hier ist Monte? Hier ist Monte! Was? Seit wann spielt der Monte Roblox? Das wusste ich gar nicht. Hier ist Monte! Der Allerechte? Jaaaa! Ach, was geht? So, komm, wir hauen alles schon klar. Ey, wollen wir mal unsere Spitzhacke upgraden? Mir wird das Ganze angezeigt mit so einem gelben Pfeil. Ja, okay, lass da hin gehen. Komm, zack, 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 zack. Aber lass die unterwegs doch die Dinger hier kaputthauen. Ja, ja, ich lass meinen noch hin. Oh, wir hauen jetzt auch mit drauf. Boom, boom, boom. Ja klar, ich helfe hier. Das können wir hier schön alles unterwegs machen. Ja. Ey, meine Minions, ey, die sind vorbeigerannt hier. Gibt's hier Magneten oder so? Ich muss gleich mal gucken, was im Shop geht, dass wir hier ein bisschen stärker werden, Leute. Ey, so Upgrade. Ich hab Booster wieder gefunden. Oh, Spitzhackenkraft? Ja, oh Gott. Aber dafür brauchen wir Münzen. Und man kann sogar... Man kriegt sogar eine neue Spitzhacke. Sohn, Alter. Ja, aber 10 Minuten erst. Oh mein Gott. Aber die müssen wir auch erstmal upgraden. Dafür brauchen wir Münze. Wir können ja nicht mal upgraden. Das ist ja voll teuer. Das ist voll teuer. Warum sagen die dann, dass wir schon her sollen? Warte mal. Warte mal. Guck mal, im Laden gibt's hier dreifach Schaden. Das hole ich mir auch mal direkt. Dreifach Schaden, Leute. Das ist doch wieder alles so, Leute. Dreifach Schaden direkt mal hier kaufen. Ach so, gekauft. Äh, dann. Ey, Bro, es gibt hier auch super, mega Glück und so. Ey, kauf dir doch direkt hier das ganze Boost-Band. Dann wird's günstiger. Wo, 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 wo? Kann ich das kaufen? Das kostet 1.399 Rohwachs. Oh nein. Ich hol's mir, Alter. Da kenn ich doch jetzt nix. Ja, komm. Hey, du hast mich hingebracht und du hast mir gezeigt, du willst, dass ich's mir kaufe. Bro. Also das ist schon toll. Ich hast mich auch geholt. Ey. Mega Glück. Das noch, das noch, Leute. Super Glück. Alles aktiviert. Ich sag dir ehrlich, ich war's auf jeden Fall schlau aus, den Magneten zu holen. Ja, ja. Glaube ich auch. Weil da muss man nicht die ganze Zeit da einsammeln, weißt du? Ja, das hast recht. Magnet, Leute. Haben wir uns geholt hier. Easy. Das hier können wir auch hier schön... Oh. Oh Gott, ich kann jetzt eine neue Gold-Chest aufmachen. Und da krieg ich dann... Ja? Ja, ja, da krieg ich... Aber meine Minions sitzen ein bisschen langsam. Können wir die auch irgendwie abtragen? Die sind auch übelst langsam. Ja, ja. Die sind voll rennermäßig unterwegs. Oh Gott, ich hau jetzt hier alles kaputt. Ich hab jetzt schon 3.000. Also... Warte mal. Chance, warte mal. Du kannst... 4 aus. Kann man auch kaufen. Da können wir noch warten. Da können wir noch warten. Ja, da können wir warten. Autospitzhacke haben wir jetzt. Ähm... Droh überspringen. Öffne Drohnen viel schneller. 99 Robux. Ey, Bro. Wir könnten 8 Minions ausrüsten. Verr... Oh mein Gott. Bro, wir müssen... Die verrückte Chest, die ist schon echt teuer, ne? Aber da könnten wir halt... Ja, die ist auch super teuer. Das Ding ist halt, wir könnten da halt echt stark... Wollen wir uns die holen, die verrückte Chest? Einmal. Oh Leute, es ist so teuer. Ey, Digga. Das sind 13 Euro, Leute. Macht das nicht nach. Wir haben schon wieder 30 Euro ausgegeben. Und wir sind doch in der ersten Welt hier bei den Simulator. Warum drehen wir das schon wieder so durch? Ich verstehe es nicht. Okay, warte mal. Ich hab den Besitz. Was muss ich jetzt machen? Ähm... Ich glaube, da musst du gar nichts machen. Das ist so passiv, Bro. Das ist so, wenn wir gleich Stings aufmachen. Ja, ja. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ich mach jetzt hier schön alles kaputt. Beide Minions arbeiten da. Ich auch. Ich muss jetzt auch da gleich ran. Kommt mal ja, helf mir mal hier kurz einmal. Ey, die Minions... Die Minions, helf mir, ja. Ich sag, die sind schon stark, die Minions, ne? Die sind schon gut unterwegs, Alter. Und wenn wir dann acht Stück davon haben, dann geht alles auf. Boah, 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 boah. Der hat die Knacken grad. Heulololo. Hol' lolo. Das kommt von der harten Arbeit, kommt von der harten Arbeit. Das kommt von der harten Arbeit, weil der hat so Roblox spielt hier, Leute. Ähm... Ich würd sagen, Amir, also ich kann jetzt eigentlich schon einige Kisten aufmachen, ne? Ich auch. Wie viel Kristall hast du? Ähm... Ich hab 10.000. Ey, ich kann doch... Lass in die nächste Welt gehen. Was? Du hast 10k? Ich frag mal 7.000. Bro, ich hab aber auch die ganze Boots angemacht, ne? Warte mal, hab ich auch Dings? Ich hole mir, glaube ich, jetzt erstmal eine schöne Baba-Kiste, Junge. Bevor es hier weitergeht. Ich hole mir die neue Baba-Kiste und dann... Kann man diese dicken Truhen auch kaputt machen? Ja, ich mach dir auch kaputt. Guck mal, wie lange das hier dauert. Ich hau schon die ganze Zeit drauf. Aber da kriegst du richtig viel aus der Truhe, ne? Ich hab jetzt schon 14.000 an mir. Die Truhe im Zentimeter. Und dann kommen wir in die neue Welt rein. Da gibt es auch einen VIP-Club. Okay, VIP-Only gibt es da. Wahrscheinlich kann man da Diamanten oder so kriegen. So, zack. Guck mal, wie viele Leute hier raufhauen auf die Kiste. Der hat einen Chefkoch einfach als Minion. Oha, einfach ein Koch. Alter, guck mal, was der für einen hat. Der hat einen goldenen... Oha, zwei. Okay, ich glaub, die arbeiten hart. Die sehen heftig aus. Aber komm, lass uns was aufmachen. Ich glaub, die sind extrem stark. Ich mach jetzt schon... Ich mach jetzt hier welche für 8K auf. Boop, zack, 8K. Ach, gewöhnlich. Ich hab auch den schlechtesten bekommen, Bro. Aber der sah schon cool aus, ne? Das war so ein Gefangener gewesen. Ist schon cool. Ich hab Bürgermeister bekommen. Ich hab den selten bekommen, Armin. Ach, komm, Alter. Sophia heißt der Bürgermeisterin. Und das Ding ist, Armin, der macht einfach 33 Schaden. Ey, das gibt's doch nicht, Leute. Wir standen hier wieder voll am Cheaten. Ey, guck mal hier. Ich hau hier alles zutag... Äh, nee, nee, nee. Ich hau hier jetzt alles so schnell kaputt, ne? Der Bürgermeister ist so overpowered. Ja, ja, ich seh das schon. Ich kann's bei den Spitzhack auch gleich upgraden. So. Aber ich geh erstmal in die neue Welt, glaub ich, rein. Das macht erstmal mehr Sinn, oder? Michel aus dem Weg, Jürgen. Oha. Wie viele Kristalle ich jetzt bekommen hab. Ja, ich auch. Guck mal, ich bin jetzt gleich auf 10.000. Monte ist hier wieder. Alle YouTuber sind heute hier. Alle YouTuber. Gleich wird auch iCrymex auch noch kommen, Freunde. Wollt grad sagen, wo ist iCrymex und wo ist Hugh und wo ist Russik? Oh, ich kann jetzt auf den Bauernhof gehen. Haha. Wollt mal jetzt mal die große Kiste. Also, ich würd dir jetzt empfehlen, Armin, lieber mitzukommen auf den Bauernhof, ne? Ja, ich komm jetzt auch. Ich mach noch eine große Kiste auf und dann komm ich rüber. Ey, das Ding ist hier, meine Arbeiter sind richtig fleißig. Die Audi, alles wirklich kaputt. Ey, die sind doch wirklich stark, ne? Guck mal hier. Die sind stärker, jaja, die sind stärker als man selber. Oha. Das verstehe ich ja auch nicht. So, zack und. Was ist das hier? Ey, jetzt guck ich mir das mal an. Ja, ey. Nein, nein, nein. Vorbei, vorbei, vorbei. Wir haben jetzt auch neue Eier freigeschaltet. Wusstest du das? Ey, ach wirklich? Ja, ja, neue Eier freigeschaltet. Alle angreifen. Los, hier, Teamarbeit. 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 Ich sag dir ehrlich, ich muss mal hier nochmal im Shop kurz was gucken. Ich muss mal kurz nochmal was im Shop gucken, Leute. Ey, Bro. Wir könnten. Wir könnten. Nein, 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 Leute. Nein, 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 Leute. Ich sag... Ey, wir müssen eigentlich... Wir haben Glück vergessen zu kaufen, ne? Glück? Nein, stimmt. Wir müssen kaufen. Wir müssen Glück holen, Leute, dass wir noch mehr selten sind. Ach Gott, ich bin Dully gewesen. Das hätten wir zuerst kaufen müssen. Ja, das hätten wir eben besser... Also, ich meine, du hast immer noch gut gezogen, aber... Ja, aber... Wir hätten noch besser ziehen können, weißt du? Ja, hätten wir auch, hätten wir auch. So, Glück haben wir jetzt und... Ich glaube, wir holen uns gleich acht Minions, sag ich dir ehrlich. Ich glaube, acht lohnt sich auch. Wenn wir jetzt eh beide vier... Acht lohnt sich wirklich, ja, Bro. Ja, komm. Acht, weil wenn wir neue kriegen, können wir direkt dazu aus... Ja. Wir können jetzt auch die OP-Kisten eigentlich schon aufmachen, ja, weil wir sind schon so weit wieder... Wie viele hast du? Wie viele Münzen? Der macht nicht da. Äh, äh, Dings, ich hab jetzt... Ich kann meinen... Ich hab jetzt 75.000, Bro. Boah, Alter, ich hab grad mal 60.000. Ja, aber ich hab hier so einen, der macht drei... Der Bürgermeister macht 33 Schaden. Ja, der Bürgermeister ist super stark, Alter. Boah, aber der hat auch die starke... So, ihr Paul Berger aus dem Weg. Stadifan. Da gehst du wieder zurück. Ich geh jetzt kurz bei den Pickaxe-Upgraden hier vorbei. Okay, okay. Und nebenbei hau ich hier noch mit der Pickaxe-Upgraden hier auf die Dinger rauf. Zack, dann können meine Leute hier noch ein bisschen was machen hier nebenbei, Leute. Hey, ist kein Problem. Ich werde jetzt hier meinen grad einen großen Ding kaputt gemacht. Guck mal, alles kaputt. Die machen hinter mir alles kaputt. Ey, die sind wirklich krass, ne? Upgrade. Okay. Man kann auch die Reichweite... Ich mach jetzt erstmal, Leute, dass die stärker ist. Ah, okay. Ich glaub, stärker lohnt sich mehr. Ich glaub, stärker lohnt sich mehr. Ja, oh, jetzt macht die richtig Schaden. Ja, ja. Oh, stärker lohnt sich absolut. Ja, ja, ja. Stärke, stärker, stärker musst du machen. Werd ich jetzt auch machen. Guck mal hier, ich kann hier alles... Das macht voll Spaß, Leute. Das ist voll cool, dass man hier auch seine Pickaxe mit upgraden kann. Und dass man selber mithelfen kann. Und die ganzen Paul Berger... Ja, das ist cool, das ist cool. Ja, da müssen unsere Paul Berger nicht arbeiten. Das kann wirklich gut machen, muss ich auch sein. Automatisch, dann können wir kurz ausmachen. Hier sind die neuen Kisten. Oh Gott, die neuen... Ne, 105.000 kostet die neue... Ich mach einfach hier, das kostet 35.000. Ey, da kann man direkt drei Stück aufmachen. Da hast du wieder drei neue Pets. Ey, ich hab Essio gezogen. Einen Hund. Nein. Ich hab Essio gezogen. Und nun nochmal Essio, das gibt hier Essios. Ey, das Hund ist sogar richtig selten. Ey, ich hab seltenen Bauer gefunden. Was ist das? Den seltensten. Ne, ne, oder? Ne, das war... Nein, das ist... Hä? Und Schweinchen hab ich auch. Ey, okay, das war das schlechteste... Ey, Bro, du musst mal nicht mal gucken. Guck mal meine ganze Armee jetzt hier an. Guck mal das Schweinchen. Und das Hut und den Hund und so an. Freunde, wir haben hier alle jetzt... Jetzt bin ich... Guck mal, hier ist ein richtiger Roblox-Noob-Armee. Boah, 90 Damage macht der neue Bauer bei mir. Das ist Noob. Oh Gott, ich hau jetzt hier alles kaputt. Ich hau jetzt hier alles kaputt. Aus dem Weg. Schönen guten Tag. Guck mal, ich mach alles One-Hit, Bro. So, hier 706 Schaden. Ach, das juckt mich doch nicht. Ich mach alles One-Hit. Die 8K-Dings, was wir eben vor Lange für gebraucht haben. Ja, ja, ich mach selbst so eine Sachen. Ich kann die selbst auch kaputt hauen. Und wenn meine ganzen Arbeiter erstmal drauf sind, ist es eh vorbei. Ja, ja, die Arbeiter machen gerade alles. Ey, Armee, wir holen uns die Rakete. Glaubt mir, die Rakete. Dann sind wir schneller unterwegs. Das dauert so nicht zu lange. Ja? Die Rakete, ja, Bro. Wir brauchen hier die Rakete, Leute. Zack. Guck mal hier. Oh mein Gott, die Rakete ist OP. Juhu. Ey, wir können sogar auf der Rakete hacken. Ja, ja, ja. Guck mal hier. Man kann hacken. Hacken, hacken, hacken. Die Minions müssen irgendwie doch schneller werden. Aber ich glaube, die kann man dann wahrscheinlich später ein bisschen upgraden. Ja, ja. Ich merke, guck mal, umso besser die Minions sind, teurer, umso schneller sind sie auch generell. Ja, okay. Ey, wir können wieder spinnen. Wie, spinnen? Gratis-Rat. Gratis-Rat. Und drehen. Ah, gerade spinnen hier. Zack, 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 zack. Komm, 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 komm. 500 Gold. 500 Gold, nehme ich mit. Na, ich... Oh Gott, ich habe 14.000 Diamanten bekommen. Wow. Okay, das ist nicht schlecht, Digga. Das ist wirklich gut. Ich kann direkt in die nächste Welt gehen. Ja, ja, das ist wirklich... Hey, die machen hier alles instant sofort weg, Alter, bei mir. Ich habe gar keine Chance, irgendwas zu machen. Oh, hier gibt es... Hier kann man auch nochmal Upgrades machen. Kugelreichweite, mehr Gold-Upgrades. Hm. Minion-Geschwindigkeit kann man auch upgraden. Das habe ich jetzt mal geupgradet. Das ist ein bisschen schneller bei mir. Ja, ja, ist besser so. Ah, jetzt sind die aber immer noch rentnermäßig unterwegs, aber... Das ist ganz gut. Vor allem, wenn du was angreifst, dann greifen wir einfach gleich auch alles alles. Oh, Minion-Stärke kannst du auch erhöhen. Minion-Stärke? Ja, ja, den hauen die mehr kaputt. Aber es ist so viel Gold alles. Haben wir eigentlich hier einen Gold-Booster an, Leute? Ich muss mal gucken. Ey, der klaut mir die ganzen guten Truhen hier. Gold-Booster, ja, wir haben eigentlich alles an hier. Ja, ich brauche gleich, wie gesagt... Ich brauche gleich... Ich kann hier... Ich kaufe mir jetzt hier weiter durch. Zack. Ja, mach das, mach das, mach das. Ich warte auf dich, Amir. Ja, ich bin... Aber in der neuen Welt. Oh Gott, hier gibt es ja Big-Baba-Blood. Nein. Bro. Wie viel Leben? Wie viel Leben? 700 K. Aber okay, meine Minions gehen jetzt alle rauf. Boah, das ist schon... Das ist wirklich schon OP. Das ist richtig viel. Ja, das ist leider... Aber das macht auch so viel Plus. Ja, Amir, ich glaube, wir müssen es machen. Ich wollte es nicht machen. Was? 16 Minions. 16 Minions. Wir brauchen... 20. 2.200! Ey, ich muss doch gleich wieder Robox aufladen wegen dir. 20 Euro! Ich muss doch gleich wieder Robox aufladen wegen dir. 813.000 leben hier bei mir. Ey, glaub mir, aber das wird gleich... Guck mal hier, ich wache gerade auch... Ich wache gerade hier gerade auf eine 700 K-Kiste rauf. Das geht ratz-batz. Boah, was hat der denn da für Minions? Boah, ich finde auch... Der ist voll die Kranken. Der macht die alles schnell weg. Also ich muss sagen, der Simulator gefällt mir echt gut, weil ich finde... Die Power-Berge, die sehen halt auch richtig cool aus, weißt du? Ja, finde ich auch. Das sind immer nicht so Haustiere und so. Sieht echt nice aus. Und nicht irgendwie alle immer nur Tiere und dann was anderes haben. Das sind so... Die haben richtig Berufe und so. Das haben die echt cool gemacht. Oh mein Gott. Ey, ich bin so lange nicht am Aufhauen. Ich sage, sie sind sehr froh, dass wir die Rakete haben. Ich habe jetzt genug, um neue Kiste aufzumachen. Ich muss zum Anfang wieder fahren. Okay. Ey, ich wette mehr. Ich kann jetzt die goldene Zirkuskiste aufmachen. Oha, Alter. Vorbei. Ey, nein, Mann. Ach, er hat mir wieder... Ich wollte gerade draufkloppen. Er klaut mir das. Ich will über die Hälfte wegklappen. Okay. Und denk dran, die Pickaxe gleich abzugraden. Ja, ja. Mache ich jetzt gleich direkt als allererstes. Aber der Gold kann man am wenigsten. Ich glaube, ich werde nur auf Stärke gehen. Ja, du musst diese... Da gibt es immer diese Goldbarren. Ich glaube, die musst du auch kaputt machen. Ach so, diese... Ach so, diese Goldbarren. Ja, das stimmt, Leute. Ich glaube, wir müssen mal... Ich werde mal vielleicht auf so einen Goldbarren gehen. Aber vorher, glaube ich, schulde ich mir jetzt erst mal noch ein paar Minions. Das macht mehr Sinn. Dass ich erst mal 16 Stück voller, weißt du? Weil ich habe jetzt schon 16 Stück gekauft. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Ich habe 16 Stück gekauft und habe gerade mal 7. Boah, aber die kosten noch später. Die kosten so 200k oder so ein Ding. Ey, oh Gott, aber Gold. Die haben doch wieder die neuen freigeschaltet. Die neuen Kisten wieder. Was? Ey, klein, wir haben noch neue Welt gekauft. Neue Welt, neue Kisten, neue... Ach so, ja, stimmt, stimmt. Ich bin mal gespannt, wie stark die aber da sind. Aber ich will jetzt erst mal meine 16 früh machen, weißt du? Ja, da gibt es einen. Wie teuer sind die hier? Oh, ich glaube, ich mache immer die hier auf. Ne, ich mache immer die auf, Leute, weil es macht mehr Sinn, dass wir erst mal unsere 16er Armee voll haben. Ich habe Rainbow Rabbit bekommen. Ey, das ist doch so ein Krieg. Nein, nein, das kriegst du auch, weil wir haben doch einen Löwe. Guck mal, wir kriegen einen Rainbow, kriegen wir. Warum? Weil wir doch diese verrückten Dings gekauft haben. Jetzt habe ich wirklich einen Affe gezogen. Wo hast du das denn gezogen? Das ziehst du automatisch, weil wir haben doch diese verrückte Kiste gekauft, ne? Das so teuer ist. Ja, 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 ja. Und da haben wir halt die Möglichkeit, Bro, Rainbow-Sachen zu bekommen. Das ist halt das OP hier. Ja, ja. Rainbow-Waffen. So alle Out-Waffen. Ich habe jetzt zwölf ausgeworfen. Also beim ganz normalen Ziehen haben wir die Chance, dass es so krass wird. Genau, und das Rainbow... Oh Gott, das ist so overpowered, Bro. Ja, ja, okay, ich habe es verstanden. Das macht drei... Ey, das macht viel, viel mehr als alle anderen, ne? Ja, ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Ey, wenn ein Rainbow kriegst, ist es krank. Ich habe Elefanten gezogen. Okay, wartet mal, Leute. Wir können nochmal hier eine 100-K-Kiste aufmachen. Zack. Lol, der sieht aus wie ich. Ich habe einfach starken Mann gezogen. Der sieht so aus wie ich, Leute. Guck mal, ich habe mich jetzt einfach selber als Pet getogen. Der heißt White. What? Oder wie heißt der? Keine Ahnung. Und ich kann immer noch zwei Pets auswählen. So. Oh, warte mal. Ich mache gerade nochmal kurz ein paar Boost-Dinger an, weil... Die laufen wieder fast aus. Oh, sind deine Boost-Dinger ausgelaufen? Ne, noch nicht, aber das ist doch alles... Oh, ich werde die jetzt auch alle hier verwenden. Das interessiert mich gar nicht, Leute. Alle Boost-Dinger rauf hier. Ja, komm, 40 Minuten überall reich. Ich habe voll übertrieben, ich habe voll übertrieben gerade mit der Armee. Ja, aber da müssen wir nicht die ganze Zeit drauf warten, oder... Dann vergessen wir uns wieder für fünf Minuten. Ich habe gerade alle super Dinger aktiviert, aber meine Mindest sind doch so langsam. Die müssen jetzt mal kommen. Die haben jetzt auch voll lange gedauert, aber guck mal, wie die Armee da kommt. Aber ja, die werden wirklich schneller. Guck mal, wie schnell der Rainbow ist. Ja, der Rainbow ist am schnellsten von allen. Oh, guckt euch das an. Oh Gott, der macht die One-Hit. Nein. Nein. Das ist zu OP, ne? Das ist zu OP. Hä? Ja, der ist so OP. Der Rainbow ist so OP. Ja, ja, ja. Du hast so Glück gehabt, dass du einen Rainbow da gezogen hast. Guck mal, was ich hier mache. Er ist auch wirklich krass. Gibt es hier irgendwie mal auch ein paar schwierige Sachen? Guck mal, ich renne hier einfach durch. Zack. Bei mir würde auch nur einer reichen, der schon alles kaputt macht. Und ich habe ja noch nicht mal alle Pads aus... Ey, wir haben Rank-Up. Gleich nächste Welt. Jetzt bin auch Novice, ne? Ja, ja, Novice bin ich jetzt hier. Ja, ja, ja. Novice heißt das doch, oder? Ja, Novice in Deutsch. Genau, 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 genau. Ey, Digga, wir haben gerade alles hier weg. Einfach nur. Ja, ich gehe gleich auch in die nächste Welt rein, weil das ist hier zu schlecht für mich. Ich bin schon zu weit. Ich muss hier nur noch... Ey, Glücksrad, Glücksrad, Glücksrad. Oh, Glücksrad. Nee, bei mir zwei Sekunden noch. Ey, dann gibst du eine Rakete für 0,5. Wenn du die kriegst, dann ist es vorbei. Aber glaube ich... Ah, ich habe ja nur einen Boost bekommen. Schade, Leute. Dreifachdings. Naja, Boost ist auch nicht schlecht, aber... Oh, 60.000. Ah, 60.000. Alter, Digga, mach ich hier mit einem Schlag. Aber ey, ich bin bereit für die nächste Welt. Ah, ich habe wieder eine Baba-Kiste. Leute, gucken, wie lange ich hier flie... Oh Gott, die Baba-Kiste, ne? Nein. Die hat gar keine Chance, Alter. Die ist schon schnell weg. Guck mal, wie schnell die weg ist. Ich kann direkt in die nächste Welt. Hau rein. Ich kann auch. Ich habe eine Million. Army, hau rein. Was? Ja. Warte mal, hier die Kiste. Hier gibt es Kisten, die haben zwei Millionen. Nein. Was? Aber ich mache... Ey, die zwei Millionen-Kiste. Auch ohne Probleme. Ja, ich sehe es gerade bei dir. Ich kann direkt in die nächste Welt durchgehen. Digga. Oh, Alter, warte mal. Ey. Hier. Wie können in die nächste Welt gleich gehen? Egal. Ich kann in die nächste Welt gehen. Warte mal, ist hier wieder irgendwas mit Upgrade? Regenbogenmaschine. Ja, da kannst du halt die Pätze wahrscheinlich... Also die Minions Rainbow machen. Aber es dauert halt, ne? Ja, aber es ist eine 17% Wahrscheinlichkeit. Die kostet mich viel nach Gold. Ja, du kannst wahrscheinlich hier auch so mehr reinpacken und so, dass die Wahrscheinlichkeit höher geht. Ja, ja, ja. Bro, ich muss dir leider sagen, Army... Ja, komm, du bist ein Lacker, mehr auch nicht. Ich muss jetzt... Oh, Paul Werker. 5 Millionen. Ey, hier ist ein OP-Typ. Ey, der soll mich in Ruhe lassen. Ich gehe weiter hier. So. Ey, du bist schon weiter? Bro, ich bin weiter, natürlich. Ja, du hast die große Kiste. Ich nehme hier alles auseinander. Das ist gar kein Problem für den King of the Ring. Ich habe hier eine Armee von 14 Minions. Oh, die rollen jetzt da rauf. Okay, da rollen wir jetzt hier rauf. Zeig. Ich muss eigentlich auch zurückgehen und neue Kisten aufmachen. Ja, ich gehe jetzt auch zurück. Meine Minions sind zu schwach gerade jetzt. Also die kommen hier gut durch, aber es reicht mir noch nicht. Ja, ich muss den noch upgraden, meine Dings, weißt du? Mein Pickaxe. Ja, ja, das auch. Sonst bringt das nichts. Weil ich kann sagen, ich brauche gar nichts zu machen, Alter. Ich bin so schwach. Der Typ soll mich jetzt hier meine Kiste in Ruhe machen lassen. Der ist so ein richtiger OP-Typ. Der macht hier irgendwie alle One. Ja, der nervt voll. Der klaut uns gar nicht die Kisten weg. Ja, der klaut uns die ganze Zeit. Oh, ich kann jetzt eine neue Kiste aufmachen. So eine für 2 Millionen. Oh, was? Boah, okay, zahlen wir uns teuer. Naja, ich mache jetzt erst mal das noch, Freunde. Oh, siehst du, da kam schon wieder der Typ jetzt hier an. Manometer. Ja, ich sage dir ehrlich, man muss OP werden. Wir müssen OP werden. Ja, wir müssen stärker werden, dass wir uns nicht mehr ärgern, dass die Respekt vor uns haben. Dann klauen wir nämlich unsere ganzen Kisten. So sieht es aus. Ey, du musst wirklich diese Goldhaufen machen. Die bringen auch gut was. So, zack. Ey, wir müssen auch so lange Nacht zurückfahren, Digga. Ich weiß nicht, ob Teleporter sich lohnt. Ja, Teleporter. Ja, Teleporter würde sich hart auf hart echt schon lohnen. Die sind ja meist gar nicht so teuer. Ja, 150. Komm, Leute, Teleporter wollen wir uns auch noch. Wir haben uns so viel aufgegeben hier. Ja. Da sollte schon der Teleporter drin sein. Vielleicht deponiert unsere Pets ja dann auch. Deswegen sind die dann alle schneller wieder da, weißt du. Ja, safe. Weil so dauert das so lange. Bro, ich brauche Spitzhackenkraft habe ich fast auf nächstes Level, ne? Echt? Ab 10 Millionen gibt es doch jetzt schon die neue Pickaxe. Oh Gott, ich kann gleich die neue Pickaxe tun. Ey, ich hole jetzt hier eine Kiste. 6,5 Millionen? Für 700.000. Für 7.000. Ey, davon holt ich mit zwei sogar. Cyborg-Cowboy. Okay, was kriege ich? Cyborg-Cowboy auch. Der ist aber nicht so selten, sehe ich gerade. Das ist der wahrscheinlichste. Und einen normalen Cowboy kriege ich auch noch. Ey, Bro, wie ich... Ey, mein Rainbow-Pad ist noch stärker als die Dinger, ne? Oh, Digga, übertreib doch. Ey, du musst so Glück haben auf Rainbow, wenn du Rainbow... Ah, nochmal einen normalen Cowboy und komm nochmal einen auf. Ah, nochmal Cyborg-Cowboy. Okay, ist jetzt nicht so schlecht. Ja. Ist okay, sind trotzdem die Besten, weißt du? Ja, bei mir ist es auch die Besten. Ich gehe jetzt in die letzte Welt hin. Warte, ne, ich upgrade noch meins. Ah, die Pats werden gar nicht teleportiert. Ah, das ist doof. Nicht? Bei mir wurden die mit teleportiert zurück. Ne, bei mir wurden die nicht teleportiert. Hä? Doch, bei mir wurden sie teleportiert. Ja, meine... Aber gut, meine machen wahrscheinlich da die ganze Zeit jetzt alles kaputt. Guck mal, die machen unterwegs alles kaputt. Hast du die irgendwo hingeschickt? Ne, eigentlich nicht, Bro. Meine haben sich mit teleportiert. Ich bin hier direkt wieder am Arbeiten hier mit denen. Aber ich glaube, die laufen gerade überall durch und machen alles kaputt. Oder wie sieht es aus? Was waren die denn da hinten, Leute? Wo sind meine Pats hin? Ah, ich habe die gar nicht aus... Oh, ich habe die gar nicht... Oh Gott, sag nix. Sag nix an mir. Ich habe meine Pats nicht ausgerüstet. Ach, Mann. Nein. Du bist ja ein Paul-Werker, du. Ah, guck mal, da kommen die jetzt, ne? Oh, jetzt war ich nicht richtig plus. Ja, jetzt kommt da meine Armee mit 16, Leute. Ja, ja. Komm, hier, wacht das schön kaputt hier. Ich habe noch 14. Ach, bist du noch gar nicht in meiner Welt? Ne, ne, noch nicht, noch nicht. Ich habe gerade wirklich alles für neue Pats aufgeben. Boah, das dauert aber lange hier gerade. Wo ich dran bin. Das dauert richtig lange. Aber das... Ich muss aber langsam... Gott, das bringt doch echt viel. Das bringt... Das Ding ist halt, ich habe immer noch in meinem Feuer... Ich habe noch so schlechte, ne? Ja. Also, die 60 Stück aufzu... Ich weiß nicht, bro. Was denn? Lohnt sich das eventuell? Ey, die Upgrades... Ich weiß gar nicht, ob es dir das überhaupt lohnt. Ne, ne, lohnt sich das nicht. Die Spitzhacke-Upgrade lohnt sich. Ich glaube, es lohnt sich mehr, dass wir uns auf unsere Pats konzentrieren. Und vielleicht den Patch-Hatten mit Gold. Ja, ja, ja. Weil... Weiß ich auch nicht. Rockets... Sag ich dir hart auf hart, ne? Ich sag dir wirklich hart auf hart. Ich glaube, wir müssen die Pats... Damage-Upgrade, statt unsere Spitzhacke. Ja, ich glaube, Pet-Damage wird mehr. Weil Pickaxe, die wechseln wir auch immer noch, weißt du? Ja, ja, ja. Die ganze Zeit. Gut. Also, wie teuer war nochmal Pet-Damage-Upgrade? War das auch für Gold, ja, ne? Boah, ich glaube, es war auch für Gold, wenn ich ehrlich bin, ja. Ja, gut. Dann hole ich mir hier nochmal ein bisschen Gold nebenbei. Aber Gold kriegst du halt auch nebenbei, ne? Mhm. Aber ich mache diese Goldbarren ja auch kaputt. Da kriegst du ein bisschen mehr Gold. Ja, da kriegst du auch wenig. Ich weiß nicht, ob sich das so lohnt, weißt du? Aber guck mal, der hier hat auch eine Pickaxe. Und der macht zweimal besonders. Krass, was ist das? Okay, krass. Irgendwas Besonderes gerade gezogen hier. Oh, hier, macht mal alles hier weg, meine Freunde. Drei Millionen Euro Chessinger. 27 Millionen? Ja, ich bin gleich in der nächsten Welt drin. Ich fahre direkt durch. Oh, ha, okay, nee. Nein, der will hier wieder mit mir traden, Juge. Das gibt es doch nicht, Leute. Ich bin ja noch ein bisschen weiter hinten zurück. Warum bist du so weit hinten zurück? Keine Ahnung, irgendwas habe ich wohl gemacht, was es nicht gelohnt hat. Ja, weil du das Rainbow-Tab hast. Ja, okay, ja, das Rainbow-Tab. Das Rainbow-Tab ist so krank OP, Alter. Es ist halt wirklich zu stark, muss man sagen. Wie viel Damage macht es denn? Wie viel Damage macht es denn? Es macht 339. Ja, Digga, okay. Mein Bestes macht gerade mal 166. 100, ja, 65, der Cowboy. Ja, der Cyber-Copper, 160 bei mir. Ja, gut, okay, das macht schon gut. Besonders zum Anfang, Freunde, macht so ein Rainbow-Pad. Natürlich, weil überleg mal, um das Rainbow-Pad zu bekommen, müsstest du davon drei normale haben und die dann erst ein Rainbow machen, weißt du? Ja, 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 genau. Oh, das ist eine 30M-Kiste hier. Okay, danach kann ich aber durch in die nächste Welt und dann habe ich auch genug Geld und könnte Pack-Opening machen und mir neue Pick-Axe holen. Aber ich glaube, ich werde erst mal die Minions upgraden, weil ich könnte jetzt entscheidend entweder neue Welt oder Pick-Axe upgraden. Was sagst du, Amir? Wie viele Diamanten hast du gerade? 2,3. 2,3 nur? Ja, ja, ja. Boah, Freunde, wir sind ja so froh, Amir. Wir hauen mal ein bisschen mitstandig hier drauf. Das ist eventuell, er sich lohnt. Guck mal, wie viele mit drauf kommen hier. Ey, du hast ja auch 16, ja, ne? Ne, 14, 14. 14 hast du ihn? Ja, ja, ich muss gleich oben, weil ich die ganze Zeit die Guten immer geholt habe. Achso, ja, das hat viel Stuhl. Aber hat, glaube ich, nicht gelohnt, hat sich, glaube ich, nicht gelohnt, weil die meisten so 20 Schaden mehr, aber dann... Ja, du hättest lieber voll machen sollen, würde ich ganz sagen. Ja, 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 mach ich jetzt auch gleich. So, ich sag dir, Amir, ich werde mir jetzt was holen. Und zwar eine neue Pickaxe. Oha. Boah! Wow, guckst du dir die an? Hast du die geholt? Ja, ja, ich hab sie gerade hier, Leute, guckt euch an. Boah, die Iron Pickaxe. Die kannst du dir kaufen im Profil, musst du einfach unten gehen und dann kannst du da im Profil gucken und dann siehst du das alles, weißt du? Ah, ich verstehe. Oh, ey, nein, die ist zu stark. Hä, ich hab jetzt gleich wieder 6 Millionen. Ey, kurzes Ding, ne? Ich guck gerade, VIP gibt dir einfach lebenslangen Booster. Was? König, Minion, Preferix und mehr. Ja, steht doch da. Guck mal bei VIP. Ja, lass VIP holen, wir müssen VIP. Ey, Digga. Das ist so abzockt, Leute. Wir haben doch schon so viel geholt. Was ist das hier? Ey, das Ding macht mich einfach arm. Ey, wir sind jetzt schon arm, Leute. Wir haben schon wieder zu viel reingesteckt. VIP-Reward? Vorbei, wir haben König bekommen. Nein, Digga. Wir haben König, Bro. Ach, das hab ich auch nicht gewusst. Nein. Das hab ich doch nicht gewusst. Nein, nein, nein. Das hast du aus Absicht gemacht, ne? Wow. Alle ausgerüstet, Leute. Wir haben König. Der guckt euch an, was ich kaufe. Nein. Das ist vorbei. Wohin? Ich dachte gerade schon. Guck mal hier, was wir jetzt machen. Ich geh jetzt überall durch hier. Kann ich jetzt meine Pickaxe gleich upgraden? Ich muss aber erst mal Minions, geh ich jetzt erst mal upgraden. Erst mal Minions. So, wann das nämlich beim Minions upgraden? Ich glaub, das war eins durch. Das war mal weiter vorne, ne? Der kommt hier. Leute, der kommt hier. König, kommt mit. Oh Gott, der König. Schnell, Alter. Hier war das, ne? Ey, er macht einfach eine Million Damage, ne? Minion-Stärke. Bam, bam, bam. Oh Gott. Aber ich sag dir ehrlich, Minion-Stärke. Fünf... Oh, 15.000 kostet die nächste Dings. Aber 10%, Bro. Alter, du machst 10%? Ja, deswegen. 250 Damage im Eichs. Was? Ich guck mal kurz. Und ich kann hier oben neue OP-Kiste aufmachen. Ich mach jetzt eine Kiste auf für... Äh... Ich hab 33 Millionen gerade. Ich mach jetzt eine Kiste für 14 Millionen auf. Komm, eine für 14 Millionen. Bitte, wenn ich jetzt Rainbow kriege, ist vorbei. Diver. Ich hab... Warte, ich komm jetzt. Ich komm jetzt auch. Oh, der Diver... Ey, Bro, der Diver. 10%, ne? 14 Millionen Kiste. Der macht weniger Schaden als der König, den wir haben. Boah, jetzt hab ich noch einen Shark bekommen. Sehr gut. 14 Millionen hast du einen aufgemacht gerade. Ja, ja. Das ist zu krank. Das ist zu krank gewesen. Meerjungfrau. Cool. Ich mach eine für 20 auf. Was? Aber hol dir erstmal deine Pets full hier, ne? Ja, danach sind die voll. Okay, so. Rudolf. Ich hab einen Rudolf gezogen. 8,4%. Okay, meine... Nimm ich mit? Amir, ich schau rein. Ey, du bist schon weitergegangen in der Welt, ne? Ja. Aber ich war gar nicht weitergegangen. Gut, okay. Ja, Bro. Ist egal. Guck mal, hier ist eine OP-Kiste, die mach ich jetzt kaputt. Hier, vorbei. So. Guck mal, mein König greift einmal an. Der haut wirklich die Kiste direkt weg. Ich hab... Wir können durch. Nächste Welt. Hier, Leute, das... 100 Millionen. Der König haut einfach rauf, macht alles kaputt. Ohne Probleme. Ey, das ist so geil. Guck mal, jetzt kann ich die Noobs erstmal alle rauslöschen. Zack, bestätigen. Oh nein, meine sind nicht mehr teleportiert. Wie? Nächstes Mal sind die nicht mehr teleportiert. Ja, meine ja. Oh nein. Zack, die können jetzt schon erstmal eine halbe Stunde laufen. Ach, Armi, soll ich dir helfen? Nein, nein. Also, Mann. Ey, ich kann direkt in die nächste Welt gehen, ne? Wie kostet das? 70 Millionen. 70 Millionen, gerade mal. Das ist ja nix. Warte mal, gibt's hier noch irgendwas OPs? Hier noch das hier. Wo sind denn meine Pets hin? Ach, da kommt der Rudolf. Manchmal hab ich die auch nicht ausgerüstet. Das sind mir auch schon ein paar... Man macht die da immer nicht ausgerüsten, weil ich sie dann wieder ausgerüstet. Das glaube ich besser. Stimmt, weil da können die eigentlich alle jetzt hier mit mir spawnen, ne? Dann werden wir eigentlich Pfeiffert. Ja, das funktioniert! Ja, ja. Okay, geil. Oh mein Gott, Digga, ich hab das vorher mal gewusst. So, zack, ich hau hier alles an. Und meine Pets war das alles schon kaputt. Ja, jetzt geht's richtig ab, Digga. Jetzt geht's richtig ab. Oh, nix hier. Mich juckt hier grad gar nichts. Oh, Big Truhe, Big Truhe, Big Truhe. Oh nein, komm, 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 komm mit dran hier. Komm, 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 komm. Oha! Oha! Das war's wieder. Oha, ich stelle, dass es geht. Oha, das verbrennt. Das verbrennt einfach. Zehn Millionen grad gemacht. Ja, ich bin, ich bin geweiht. Ich bin da vor ein, Armin. Oh mein Gott. Bro, wir sind hier in Lavaland. Oh mein Gott, Alter. Nein, nein. Ich muss, komm, ich muss, ich bin ein, oder? Lavaland. Checkst du, was ich meine? Ja, ich check, was du weißt. Nein, checkst du nicht. Wir sind, wir können jetzt gleich die Lava-Ex aufmachen. Ach, du heilig. Du weißt doch gar nicht, was in den Lava-Ex drin ist. Ey, wir brauchen, wir brauchen auch einfach viel mehr, äh, 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 Kristalle, ne? Viel mehr. Wohin? Nee, wir brauchen mehr Gold. Das ist das Ding. Ey, der will jetzt schon wieder die ganze Zeit mit mir handeln, Leute. Warum will der denn mit mir handeln? Ich hab jetzt keine Lust zu handeln hier. Warte mal, wo kann ich das nochmal ausstellen? Äh, in den Einstellungen. Nee, ach, keine Ahnung, Leute. Solange er jetzt hier nicht 20 Mal anhandelt, ist gut. Pickaxe, eins, die nächste. Ich muss mal gucken. Hm, ich verlieb gerade. Lohnt sich denn, neue Spitzhacke zu kaufen, Stanni? Ähm, neue, ja, neue Spitzhacke lohnt sich schon. Safe, safe. Okay, okay. Also ich will schon, weil, die kannst du jetzt erstmal auch upgraden, weißt du? Weil Spitzhacke, Leute. Kann man die, ich glaube, zum Up, kann man das unterwegs upgraden? Nee, ne, nee, kann man nicht, super. Oh, das ist mal hier alles kaputt, meine Freunde. So, da drauf nochmal. Automatisch. Nee, ich glaube, man muss hinfahren. Schade. Man muss hinfahren zum Upgraden. Boah, wir hauen hier alles weg. Alles weg hier. Ich kann gleich in die nächste Welt schon, ne? Schon wieder? Ja, aber ich mach jetzt hier erstmal gleich ein paar Pets auf, weil ansonsten, das bringt nichts, Freunde. Wir sind zu schnell sonst. Also wir müssen ja eh unsere Tiere, also unsere Minions auch upgraden, sonst bringt es nix. Boah, der ist echt selten. Ihr Gold. Das Ding ist, ich hab halt leider noch ein paar Schmutzpets, so unter 100 Damage und so voll. Ey, den König, den VIP-König, ne? Ja. Den haben nur 2700 Leute. Lol. Man kann auch seine Pets verzaubern. Aber das hab ich noch gar nicht gesehen, dass man die verzaubern kann. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, ich hab meine Hulle wieder. Oh, ich hab hier so... Mein Gott, ey, ich hab gerade in der Zeit einfach nur 130 Millionen Kisten kaputt gemacht. Wie geil. Ja, ich werde, was ich euch gleich auch machen werde, ich werde meine Pets einmal hier auf eine Kiste verarbeiten schicken und werde dann nach vorne fliegen. 500, oh mein Gott. Ja, ja, ja. Ist das cleverer, Leute. 500 Millionen lasse ich hier gerade verprügeln. Die Frage, die ich mir nur stelle, sammelt es dann automatisch auch mit Magnet auf? Ja, mit Magnet sammelt es auf. Egal, wie weit wir weg sind. Ja. Ja, gut, dann viel Spaß euch, Leute. Viel Spaß beim Arbeiten. Ich fahr kurz zurück. Ja, Bro, jetzt ist die keine... Ach, 600 Millionen hat die? Ja, ja, ich hab die eine Kiste von mir 600 Millionen. Oh, da, helf mal meine kurz ein bisschen. Hey! Ach, warte, Alter. Ja, die müsste auch helfen. Was kann ich dafür? Ich muss ja auch zurückfahren hier. Guck mal, ein... Ja, ja, wir kriegen, wir kriegen. Sehr gut. Die arbeiten für uns jetzt weiter. So, wir müssen mal gucken. 17, 30 Millionen. Da ist einmal Rainbow Machine, dass wir die Rainbow-Sachen aufmachen können. Ich muss mal gucken. Ey, Armin, Junge, willst du mich hauen, oder was? Ja, komm her, Mann! Ich guck mal jetzt einmal hier nochmal. Minion-Stärke 15.000 kostet das was? Ja, ja, hab ich jetzt auch 15.000. Bro, das ist doch nicht mehr feierlich. Ja, ist auch viel zu viel. Dann Spitzhacken-Upgrades. Aber geht, ich hab jetzt nicht so viel, ne? Gerade, muss ich ehrlich sein. Ey, Bro, die Spitzhacken-Upgrades bringen schon was, ne? Guck mal, ich mach jetzt 833 Damage. Also fast so viel wie schon gute Pets, so, weißt du? Ah, ich weiß, was du meinst. Oh, Alter. So, ich mach jetzt, Freunde, ich mach jetzt eine Kiste auf. 307 Millionen. Vorbei, vorbei. Die hab ich nicht. Nee, die hab ich nicht. Ich muss sammeln gehen. Ich muss sammeln gehen. Bin ich da, bin ich da, Rain... Weltraum, Mann. Den schlechtesten. Nein. Hast du den schlechtesten bekommen? Nein. Ah. Hätte ich da, Rainbow bekommen, wäre vorbei. Weltraum, Mann, nochmal. Kann ich noch eine aufmachen, Leute? Rainbow, Rainbow, Rainbow. Nix da, kein Rainbow. Oh Gott, ich hab so einen Tintenfisch, okay. Hast du? Nein, hä? Ist der gut? Ich hab so einen Tintenfisch bekommen. Aber da steht eigentlich nur, dass der 44% hat, aber der hat so einen Stern. Und der hat 1,9. Ich hab diesen Weltraum-Man, ne? Ja, was macht der? Mehr als der König. Was? Vorbei. Der macht mehr als der König. Nein. Der macht... Nein. Ja. Der macht mehr Schaden als der König. Hier, guck mal, wie die auch aussehen, Leute. Vorbei, guck euch das an. Vorbei, hier. Ey, das ist so krank. Wie schnell ich die jetzt hier angreife. Boom. Weg. Boom. 300 Minuten hast du dafür ausgegeben, ne? Ja. Aber es hat sich halt extrem gelohnt, weil guck mal, wie schnell ich die jetzt hier alle weghaue. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Wenn ich jetzt hier eine große Kiste kriege, ne? Aber die sind immer so wenig große Kisten hier, ne? Ja, genau. Und dann die anderen kannst du mich dann wohl das manchmal einführen. Ich finde es zweimal besonders. Zack. Es gibt auch manchmal hier zwei besondere, ne? Ja, ja, ich weiß du meinst. Zack. Oh. Boom. Ja, ich glaube, ich wäre jetzt doch... Ist doch schlauer erstmal auf Minion-Stärke zu gehen. Weil die Pick-Exten werden nicht zu schnell... Oh, diese Kiste, diese Kiste, Leute. Dicke Kiste. Dicke Kiste, dicke Kiste. Dicke Kiste, dicke Kiste. Komm, 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 komm. Was passiert, Armin? Boom. Hey, direkt noch eine daneben dran. Oh Gott, okay, dann können wir gleich in die nächste Welt gehen. Weil das macht zu viel. Das ist vorbei. Oh mein Gott. Wie viel, wie der durchmacht? 31 Millionen obendrauf. Das war eine Kiste gerade gewesen. Lecker, lecker, lecker. Was ist denn ein schlechtestes Pad gerade? Ja, mein Feuerwehrmann noch. Wah? Ey, du musst mir Kiste aufmachen, Armin. Ja, ja, mach ich jetzt gleich auch. Das macht sonst keinen Sinn. Ja, sonst wird es zu schwach. Mein schlechtestes ist 109. So, machen wir die noch. Ich mach die noch mit dir und dann geh ich zurück. Ja, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, und ich glaube schon... Ey, guck mal, was in der nächsten Zone ist. Das ist, glaube ich, eine Riesenkiste. Könnte das sein? Ja, es sieht so atommäßig aus, ne? Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte... Nuklear oder so? Ja, es könnte in Real Talk sein, dass irgendwas krasses ist. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das ist sehr gut. So, 200 Millionen haben wir schon. 260 Millionen. So, komm, komm. Komm, weg damit. Oh, guck mal dem seine Pads an. Was hat der? Oh, was hat der denn für Minions? Digga, richtig, richtig komisch. So, ich geh kurz zum Shop, weil ich muss jetzt ein paar Pads ziehen. Ja, mach das. So, für 34 Millionen, weiß ich nicht. Das kaputt machen, das kaputt machen. Oh, die Reichweite, hast du auch schon die Reichweite erhöht von deiner Pickaxe, Bro, die ist schon brutal jetzt bei mir. Hast du erhöht oder was? Ja, ja. Oh, ebischen habe ich bekommen. Den seltensten da bei 34 Millionen. Wie viel macht der? Gute Frage, guck ich nach. Guck mal nach. Da bin ich mal echt gespannt. Wie viel macht der? Oh, 2,17K. Ey, der ist besser als... 1,4K. Was? Ja, ich habe den seltensten halt davon bekommen. Bro, der ist besser als mein dafür. Aus der 300 Millionen Ding. Ja, let's go. Oh, okay. Also man merkt wirklich hier, wie krass, wenn du einen selten ziehst vorbei eigentlich. Ja, ja, ja. Da hast du so dicken, wie Rainbow eben, weißt du. Da machst du einfach so viel Plus, Alter. Oh, hier haben wir nochmal eine dicke Kiste hier. Exclusive. Und jetzt können wir gleich 400 Millionen ist Geschichte. Legendärer Yeti bei 20 Millionen. Wie viel hat der? Was? Was? Ah, nur 2,11K. Aber egal. Für 20 Millionen. Für 20 Millionen, okay. Ich bin in der Nuklearregion, du musst unbedingt herkommen. Ja, okay. Ja, ich weiß, wie du meinst. Ich weiß, wie du meinst. Ich weiß, wie du meinst. Ja, ich mache jetzt schnell Magma, räume mich jetzt kurz auf hier. Oh, weißt du, was hier die Kisten haben? Was denn? Wie viele? 22 B hat die Kiste. Yo, wann willst du denn so die kaputt machen? Na, du glaubst, danach gibt es ein krankes neues Portal. Oh mein Gott. Danach gibt es ein neues Portal in die neue Welt. Ja, ich will gar nicht wissen, wie es kostet. Oh mein Gott. Leute, ich würde sagen, wie wir in dieses Portal gehen, seht ihr in der nächsten Folge. Wenn ihr mehr vom Minion Simulator sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Das war's gewesen. Checkt Blogs mir ab und tschöpere.